Most Wanted Civil War 2 und die Deadpool-Kampagne klingt langsam aber sicher aus. Das geht ab im Fandom. Willkommen zu Marvelous Supreme. Marvel's Most Wanted wird im Hintergrund heftig vorangetrieben. Und das sieht man zum Beispiel auch daran, dass es nun schon ein erstes offizielles Casting gegeben hat. Das wirklich bekannte Gesicht von Delroy Lindo wurde gecastet als Dominic Fortune. Das ist eine Figur, die in den Comics eine Verbindung zu Nick Fury hat und auch in den 50er Jahre Avengers aktiv war. Man kann bis jetzt aber noch nicht sagen, wie sie diese Figur in der Serie verwenden würden. Ich behaupte, der Schauspieler hat potenziell einen Bösewicht zu spielen. Kann aber auch einfach so sein, dass der quasi so eine Überfigur für Mockingbird und Hunter sein wird. Also das müssen wir mal abwarten, wie das kommt. Machen wir weiter. Der Civil War Film kommt erst im Mai. Doch davor bekommen wir schon den zweiten Teil. Und zwar in den All New All Different Comics. Einer der ersten größeren Comic-Events im neuen Marvel Comic-Universum wird der zweite Teil bzw. ein erneuter Civil War sein. Es gibt Leute, die kritisieren das, dass Civil War noch mal aufgegriffen wird. Ich persönlich freue mich wahnsinnig drüber. Inhaltlich ist noch nicht wirklich viel bekannt, ob sie quasi wieder dieselbe Problematik aufgreifen oder ob es ein anderer Anstoßpunkt sein wird. Aber die Teams sind ein wenig durchgesickert. Zum Beispiel wissen wir inzwischen, dass Team Tony bestehen wird aus Captain America. Sam Wilson, Star-Lord und Rhodey als War Machine. Und auf der Gegenseite wird das Team Captain Marvel stehen mit Figuren wie Spider-Man und She-Hulk. Mehr sind da glaube ich jetzt noch nicht durchgesickert. Aber wir wissen tatsächlich schon, wer sterben wird. Es wurde geleakt, welche zwei Figuren dran glauben müssen. Auf beiden Seiten stirbt eine. Ich verrate aber nicht, welche das sein werden. Das will ich euch wirklich nicht spoilern. Meine Reaktion auf das erste Cover zu Civil War 2 war auf Twitter. Lasst uns den nächsten Captain töten. Und zum Abschluss kommt die grandiose Deadpool-Kampagne jetzt langsam aber sicher zu einem Ende. Ryan Reynolds ist zurück von seiner Welt-Tournee. Muss man wirklich so sagen. Der hat ja wirklich sämtliche Länder durchgemacht. Zum Abschluss gab es jetzt letztes Wochenende so ein spezielles Twitter-Ask-Me-Anything, wo er spezielle Fragen über kleine Videoantworten beantwortet hat. Und das war so amüsant. Es war Ryan Reynolds, das muss man sagen. Und man hatte trotzdem das Gefühl, man spricht hier mit Deadpool. Das ist das, was ich in der letzten Marvelous-Folge gemeint habe. Diese Verbindung Deadpool-Ryan Reynolds funktioniert einfach blind. Aber es gibt weniger Grafiken. Es gibt keine großartigen neuen Clips und irgendwelche geleakten Inhalte. Es stagniert alles ein bisschen. Aber das ist vollkommen legitim. Wir sind in der Woche vom Release. Ab jetzt liegt es nicht mehr in der Hand von Fox. Ab jetzt liegt es nicht mehr in der Hand der Promoter. Die haben alles getan, was sie konnten. Sie haben es gut gemacht. Wirklich Hut ab gegenüber der Produktionsfirma und allen, die beteiligt waren. Es war eine super Kampagne. Jetzt liegt es an uns zu entscheiden, was war denn oder was ist denn letztendlich besser? Der Film oder die Werbekampagne? Das war es dann auch für heute. Fragen und Kommentare sind wie immer gerne gesehen. Lasst einen Daumen da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Und abonniert, um keine Folge von Marvelous zu verpassen. Vielen Dank fürs Reinschalten. Macht's gut. Caps auf.